Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Die Ersten werden sich jetzt fragen, Florian, warum schon wieder ein neuer Daily Driver? Der rote Turnier ist doch nicht mal ein Jahr bei euch. Habt ihr leider vollkommen recht. Aber das Ding, was ich mir gekauft habe, hat verdammt praktische Gründe. Und dann werden sich natürlich die nächsten fragen, warum ist denn der neue Daily Driver langweilig? Weil das Auto, was ja vor mir steht, in Sachen Design irgendwie nicht mal einen halben Blumentopf gewinnen würde. Das Ganze ist nämlich ein Zweier-Vor-Facelift. Ja, mein neuer Daily Driver wird seit Ewigkeiten kein Einser-Fokus mehr werden, sondern ein Zweier-Fokus. Und was die Kiste kann und was er vor allem nicht hat und warum ich mir die Schüssel gekauft habe, das erzähle ich euch in dem Video. Wir fangen allerdings mal bei den Basics an. Warum ist die Kiste bei mir? Ganz einfach, jeden Tag fahre ich in meine Halle von mir zu Hause oder von meiner Arbeitsstelle aus. Und das sind eine Strecke, 25 Kilometer. Das heißt, einmal hin, einmal zurück sind 50 Kilometer mindestens fünfmal in der Woche. Da sind wir schon bei 250 Kilometer. Dazu bin ich allerdings auch noch als Kurier unterwegs und auch sonst ziemlich häufig in oder um Deutschland herum unterwegs. Und dafür sind die momentanen Benzinpreise. Ich fahre gerade mit einem 1.8er Benziner. Absolut schauderhaft. Und deswegen habe ich mich für das Auto entschieden, was ein Diesel ist. Was genau und warum das ein bisschen räudig ist, das erzähle ich euch gleich noch im Video. Und dann fangen wir aber erst mal bei dem an, was für mich ja eigentlich grundsätzlich immer wichtiger ist. Und das ist die Optik. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen langweiligen Fokus gehabt. Und dass ich das Ding schauderhaft langweilig finde, das liegt jetzt nicht daran, dass das Auto hier ungetunt ist. Nee, nee. Das liegt grundsätzlich daran, dass das ein 2er Vor-Facelift ist. Damals, als ich in die Fokus-Szene eingestiegen bin, war der 2er gerade groß im Kommen. Allerdings das Vor-Facelift-Modell noch. Und wo ich das Ding damals auf der Straße gesehen habe, dachte ich schon, boah, wie langweilig und absolut uninspiriert waren denn da bitte die Designer. Das geht bei dem absolut langweiligen Tacho los, in dem absolut gar kein Design-Element ist. Und es zieht sich dann auch draußen außerhalb, also quasi dem Exterieur, eiskalt durch. Die Frontstoßstange sieht in meinen Augen aus, als ob die ein 5-Jähriger designt hätte. Wobei ich das nicht mal Design nennen würde. Hier ist ja keine Form, keine Kante, kein gar nichts. Hier wurde gesagt, wir brauchen Beöffnung für Nebelscheinwerfer, wir brauchen ein bisschen Belüftung und das Ganze muss irgendwie ans Auto ran. Und dann, bam, das ist rausgekommen und ich finde es ganz, ganz, ganz schauderhaft. Und das Ganze zieht sich am Heck sogar in meinen Augen noch deutlich schlimmer durch. Weil wir sehen zum Beispiel an der vorderen Stoßstange, da ist keine Rammleiste dran. Warum um alles in der Welt kam Ford auf die dämliche Idee, hinten eine Rammleiste hinzumachen? Das heißt, das Auto ist ja nicht mal vorne und hinten gleich. Also grauenhaft, die Rückleuchten, genau dasselbe Spiel. Wir brauchen einfach eine Rückleuchte, die da reinpasst, macht mal irgendeine Funktion rein, ohne dass das Ding cool aussieht. Und das war halt Ford ihre Lösung. Warum hätte man die Dinger, also die Rückleuchten, nicht wenigstens symmetrisch bauen können? Ich verstehe es nicht. Und jetzt werden natürlich alle sagen, wenn du so über die Kiste schimpfst, warum hast du dir denn die dann gekauft? Komme ich auch gleich im Video zu. Und ich muss sagen, dass trotz alledem der Focus 2 eins der schönsten Ford-Modelle für mich ist. Allerdings halt nicht als Vor-Facelift, sondern als Facelift. Und dasselbe in Sachen Schönheit finde ich übrigens auch beim 3er und natürlich auch beim 4er. Ich habe grundsätzlich bei Ford immer das Gefühl, die designen zuerst das Facelift und sagen, hey, lasst uns den ganzen Bums mal ein bisschen entschärfen, damit wir zuerst ein hässliches Endline auf den Markt werfen können. Irgendwelche Idioten werden es schon kaufen. Und danach hauen sie das Auto raus, was sie eigentlich rausbringen wollten. Und das ist dann in meinen Augen optischer Volltreffer. Sei das wie gesagt der 2er Facelift, der 3er Facelift oder auch das 4er Facelift. Beim 1er ist mir das aber vollkommen egal. So, jetzt haben wir geklärt, dass ich das Auto eigentlich grundsätzlich todeslangweilig finde. Was allerdings gar nicht schlecht ist, weil da komme ich hoffentlich gar nicht erst in die Versuchung, die Kiste umzubauen. Aber warum habe ich denn das Auto jetzt abgesehen vom Dieselmotor gekauft? Dass ich das Auto aus Langstreckenauto gekauft habe, habe ich euch schon erzählt. Deswegen der Diesel. Und was mit dem Diesel unbedingt sein musste, sind diese Tasten am Lenkrad. Die Kiste hat nämlich einen Tempomaten. Und für entspanntes Langstrecken-Rumgegurke ist das natürlich optimal. Was natürlich auch wichtig ist, ist prima Klima. Das Auto hat 2 Zonen Klimaautomatik in Verbindung sogar mit dem großen Navi. Das große Navi brauche ich zwar nicht, weil die Navigationssoftware schon komplett überholt und überaltert ist. Aber ist egal, ist halt drin. Außerdem war das Ganze mal ein Vertreterauto, soweit ich das weiß. Deswegen haben wir hier auch eine Telefonvorbereitung, die mir natürlich auch absolut gar nichts bringt. Schön, dass sie drin ist, aber wie gesagt, fliegt eh raus. Zum Interieur. Naja, emotional würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Man hat zumindest mal auf der Bestelliste versucht, ein bisschen Pepp reinzubekommen. Das Ding hat blaues Teilleder mit beigen Akzenten. Oder halt beige Akzente mit blau, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl, aber war halt drin. Was allerdings an einem Auto absolut großartig ist und was ich immer haben möchte, auch wenn es ganz selten ist, ist ein Schiebedach. Und das hat das Auto. Und es hat für mich als nachtblinden Menschen auch noch was anderes, was absolut großartig ist. Nämlich Xenonscheinwerfer. Von dem her ist das Auto ähnlich gut ausgestattet wie mein Zweier Facelift. Auch wenn es halt langweiliger ist. Aber egal. Und deswegen habe ich das Auto genommen. Und das Allerbeste, das zeige ich euch jetzt noch. Das Auto hat zwar leider keine Sitzheizung, aber es hat eine Frontscheibenheizung. Das heißt, hier brauche ich im Winter schon nicht mehr kratzen. Da haben wir den Taster. Und kratzen hat sich eigentlich auch erledigt, weil wir sehen, da im Zusatzdisplay stehen, dass Zusatzheizung aus ist. Und die Kiste hat eine Standheizung. Ab Werk. Super Sache. Das heißt, im Winter werde ich jetzt wahrscheinlich immer in einen ultralangweiligen, aber herrlich warmen Ford Focus 2 Turniere einsteigen. Jetzt haben wir schon über was Positives gesprochen. Nämlich die Ausstattung und über was Negatives. Das langweilige Äußere. Fehlt also noch irgendwas dazwischen. Und das, was irgendwo dazwischen ist, das ist der Motor. Und der ist wirklich irgendwo dazwischen. Bei Ford gab es größtenteils einen 2 Liter Diesel mit 136 PS. Der ist zum Beispiel in meinem 2er Facelift Focus verbaut. Und einen 1.6er mit 109 PS. Ich wollte unbedingt den 2 Liter Diesel haben, weil er sich absolut genial fahren lässt. Sowohl was den Verbrauch angeht, wie auch was Drehmoment und den ganzen Quatsch angeht. Den 1.6er wollte ich nicht haben, weil die hin und wieder Probleme mit dem Turbolader und der Ölversorgung haben können. Erst recht, wenn sie schlecht gewartet sind. Und bei einem Low-Miler ist das sicherlich kein Problem. Das Ding hinter mir hat allerdings schon wieder 240.000 auf dem Zeiger. Ich kaufe ja eh immer nur alte und viel gelaufene Autos. Hier hätte ich halt nicht gewusst, wie es um den Turbolader steht. Und als ich das Auto besichtigt habe, habe ich mit einem Kumpel zusammen die Motorhaube aufgemacht. Und dann haben wir ein bisschen wie das Schwein ins Ohrwerk geschaut, weil eigentlich waren in der Verkaufsanzeige 133 PS angegeben. Ich dachte halt, das ist der 136 PS 2 Liter und der Besitzer hat sich nur vertippt. Aber er hat sich zwar vertippt, leider aber nicht positiv. Denn das hinter mir ist genau wie das ganze Auto ein Mittelding. Bei Ford gab es wie gesagt den 1,6er, den 2 Liter und ein einziges Jahr gab es auch einen 1,8er. Und das ist nicht mal ein 16-Ventiler, sondern nur ein 8-Ventiler. Und der hat 115 PS und das ist genau das, was hier verbaut ist. Das heißt, eigentlich hätte ich hier gerne einen 2 Liter gehabt. So ist es halt nur der 8-Ventil 115 PS geworden. Aber naja, was soll's. Dafür ist das Ding bis jetzt ultrasparsam. Ich habe beim Kauf das Auto vollgetankt. Da hat der Bordcomputer gesagt, 999 Kilometer Restreichweite. Dann bin ich 140 Kilometer nach Hause gefahren und dann hat der Bordcomputer gesagt, noch 950 Kilometer Restreichweite. Großartig, wenn sich das so weiterentwickelt, bleibt der Motor auf jeden Fall drin. Dann bekommt natürlich ein Service. Aber wenn mein Plan mit meinem 2er Facelift-Fokus aufgeht, hätte ich ja dann den 2 Liter Motor übrig. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Hier soll es ja erstmal nur um das Auto gehen. Und was das Auto nicht hat, wie Leistung, das ist vor allen Dingen auch eine Hauptuntersuchung. Und zwei, drei Mängel will ich euch noch fix zeigen. Gegen Autos mit hoher Laufleistung habe ich nie was gehabt. Die sind nämlich tendenziell immer ein bisschen billiger, auch wenn es hier was zu tun gibt. Und wir sehen hier schon am Dom der Beifahrerseite ist es verdammt dunkel. Das ist kein Ruß, das ist Tatsache Öl. Ob das jetzt hier vom Turbo kommt oder von weiter unten, das werde ich über die Zeit auf jeden Fall rausfinden. Ein Service machen wir auf jeden Fall. Das heißt Ölwechsel, alle Riemen und auf jeden Fall auch die ganzen Betriebsflüssigkeiten. Aber die brauchen wir ja nicht für eine Hauptuntersuchung, die das Auto nicht hat. Was das Auto auf jeden Fall zum bestehenden Hauptuntersuchung braucht, sind ein, zwei Querlenker an der Hinterachse. Inwiefern ich da wieder eskaliere, werden wir sehen. Und typisches Fokusproblem, egal ob Einser oder Zweier, ist natürlich der Rost. Wir sehen da unten ein Loch im Kotflügel. Das Auto braucht mindestens einen neuen Kotflügel, eher noch zwei. Auf der Beifahrerseite sieht zwar der Kotflügel noch nicht ganz so schlimm aus, aber auch hier ist er schon rostbraun. Denn ich denke mal mit einem kleinen Schraubendrehen, ein bisschen Schwung ist man auch fix durch. Ich habe das Auto gekauft, da war die Hauptuntersuchung schon abgelaufen. Allerdings war das Auto noch im Zeitraum der Nachkontrolle. Man kann eine Hauptuntersuchung verkacken und hast einen Monat Zeit, die Mängel abzubestellen. Und danach kannst du mit der Kiste zu einer Nachkontrolle nochmal hinfahren. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Das Gute für mich ist aber, dass ich halt einen Anhaltspunkt dank der durchgefallenen Hauptuntersuchung habe. Trotz alledem, da das Auto jetzt eine neue Hauptuntersuchung braucht, also eine komplett neue Hauptuntersuchung, machen wir natürlich gleich ein bisschen mehr an dem Auto. Machen wir aber erst in einem späteren Video. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal dieses absolut schreckliche, silberfarbene, langweilige Etwas zeigen. Und gerade wenn ich meinen 1er Turnier daneben stelle, der ja wirklich in meinen Augen wunderschön ist, der ist tiefer, der hat Felgen, der hat eine exklusive Innenausstattung. Dagegen ist das in Sachen Style definitiv ein Rückschritt. In Sachen Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und vor allem Komfort mache ich mit dem Ding aber definitiv einen riesengroßen Schritt nach vorne. Weil machen wir uns nichts vor. Der Focus 1 ist ab 1998 gebaut worden, das Ding ab ca. 2004 rum. Und ich finde, zwischen dem 1er und 2er Focus liegen immense Welten. Sowohl was die Fahrqualität angeht, wobei der 1er deutlich sportlicher ist. Ich rede jetzt nur vom Komfort, was zum Beispiel Geräuschstimmung etc. angeht, wie auch von den Ausstattungsmöglichkeiten. Weil beim 1er Diesel hast du zum Beispiel keinen Tempomat bekommen. Was auch der Grund ist, warum ich mich für einen 2er Focus entschieden habe. Dann ist das Auto allgemein ein bisschen geräumiger. Und wie gesagt, hier denke ich, kann ich auch wirtschaftlich erfahren, weil auch das große Problem beim 1er zum 2er ist, den 1er Diesel gab es ab Werk nicht mit einer Euro 4. Das heißt, die 1er Focus gab es immer nur ohne Dieselpartikelfilter. Kannst du zwar nachrüsten, ich weiß allerdings aus sicherer Quelle, dass das nicht cool für die Autos ist. Das Ding hier hat ab Werk einen DPF drin. Und da es sich um den 1.8er handelt, ist das sogar ein Fahrzeug, was zwar einen Dieselpartikelfilter hat, aber kein Additivsystem. Mein 2 Liter Facelift hat ja Additivsystem. Und das hat am Anfang verdammt große Probleme gemacht. Der Tank war doof. Der Differenzdrucksensor war doof. Die Leitungen waren doof. Das Sieb war doof. Die Pumpe war doof. Es war alles doof. Das wird das Auto nicht haben. Das Ding hat einen DPF. Und danach hat es nach hinten ein Rohr. Und das ist cool, weil das Auto soll, auch wenn ich das beim Turnier, also beim Roten auch gesagt habe, natürlich länger bleiben. Genau, so. Und damit sind wir eigentlich durch. Name wäre noch wichtig. Natürlich. Der Rote war ja Bob der Turnier. Dementsprechenderweise ist das jetzt hier Jack the Wagon. Was wir mit Jack machen, weiß ich noch nicht. Aber es wird bestimmt nicht viel werden. Naja, rede ich mir zumindest jetzt ein. Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, fällt mir auch gerade erst wieder auf. Das Auto zum Thema Ausstattung hat auch ein Keyfree-System. Absolut großartig. Also wer auch immer das Auto mal konfiguriert hat, coole Ausstattungsfeatures. Dafür hinten zum Beispiel keine Einparkhilfe und auch keine Anhängerkupplung. Und ja, das Auto wird das erste Auto sein von mir, was eine Anhängerkupplung bekommt. Aber alles, was so ab A-Säule nach vorne ist, mega geile Ausstattung. Und deswegen ist mir die Kiste halt auch zugerannt. Sicherlich, der Motor ist nicht der, den ich wollte. Aber hey, mit einem 1.8er kann man durchaus leben. Und es gibt ja heutzutage immer noch Mittel und Wege, den Dieseln ein bisschen mehr einzuverleiben. Sei das jetzt mit einem Umschreiben der Software oder indem ich einfach mal hier oben diese Plastikverkleidung vielleicht gegen eine andere austausche. Aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Weil das ist er. Der wird bleiben. Und was aus dem wird, das werden wir irgendwann sehen. Erster Schritt ist natürlich wie immer bei mir die Hauptuntersuchung. Inzwischen bin ich in meinem 2er-Fokus unterwegs. Das heißt, die Kiste hat die Hauptuntersuchung bestanden. Aber bis ich die Hauptuntersuchung bekommen habe, war noch eine ganze Menge zu machen. Natürlich habe ich auch gleich noch ein bisschen mehr gemacht. Das machen wir allerdings erst im nächsten Video. Mich interessiert jetzt viel mehr, weil ich bin mit dem Auto inzwischen relativ zufrieden, was ihr von der Kiste haltet. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das, was ich immer sage. Wenn ihr dem Kanal einen Gefallen tun wollt, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr dem YouTube-Algorithmus einen Gefallen tun wollt, lasst den gerade angesprochenen Kommentar da. Und wenn ihr dem Florian einen Gefallen tun wollt, lasst mit euch. Dann lasst fürs Video gerne ein Like da. Ansonsten wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und bleibt in eurem langweiligen 2er-Fokus.